Was glaubt man und sieht weiter aus ihr und heute wird es meine letzten Summons für Gogeta und Broly geben Wundert euch aber nicht, diese Summons waren aus dem ganzen 300 Stunden, in dem der quasi dieser Discount lief Heißt, ihr werdet gleich Ausschritte sehen aus meinem Broly Summons, die würde ich euch gerne erstmal zeigen Also wundert euch nicht, wenn der Timer da relativ dann hoch ist Und nachdem wir unsere Broly oder meine Broly Summons gesehen haben, sehen wir uns dann gleich wieder im letzten Durchlauf für Gogeta Denn am heutigen Tag, in dem ihr das Video anseht, wird dieser Discount weggehen, in dem der vierte Multigarten, es ist um 20 Uhr Deswegen würde ich sagen, erstmal viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder Was wir jetzt machen werden, ist einen weiteren Durchlauf bei Broly machen Ihr seht aber schon, ich bin hier beim zweiten Step Ich zeige euch mal ganz kurz, wie der erste Step lief Und ja, der lief ja dementsprechend richtig mies Also ich muss schon ehrlich sagen, mit dem Broly-Bahn, das ist jetzt unser dritter Durchlauf, den wir heute hier machen werden können Und aus dem Broly-Durchlauf, beziehungsweise aus dem Broly Summon, drei Durchläufe, Freunde, das sind 3x4 Multis Da bin ich richtig lame rausgegangen und möchte sein Ich hoffe, das können wir heute ändern Ihr seht aber, ich habe 110 Stones Wir werden hier die Multis raushauen, aber die Singles werden wir dann, zwei Singles mal zwischendurch in diesem Banner raushauen Denn, indem ich das Ganze gerade aufnehme, wird dieses Banner in den nächsten Stunden offline gehen Und aus diesem Banner habe ich vorhin, seid mir nicht böse, durch einen Singlesnamen LR-Virus gezogen Das war so gestört vorhin, ich habe einfach mal, ich hatte glaube ich elf Zones Ich habe dann dann quasi zwei Singles rausgegangen, beim ersten kam nichts Beim zweiten war dann Baseform, ich dachte mir, okay, das war's Es sei denn, da kommt ein Screencrack, dann kam ein Screencrack und ich habe mir gesagt, das ist ein Double Screencrack Und dann kam ein Double Screencrack Und bei diesem LR-Banner oder Double-Lit-Banner heißt Double Screencrack natürlich, dass es ein LR ist Und aus einem Singlesnamen LR zu pullen, da habe ich richtig draufgeglotzt, Freunde Wer könnte es sein, wer könnte es sein, ist vielleicht der neue LR Trunks und mein Dann war es unser Boy LR-Virus und Dupe an der Stelle Und das war auf jeden Fall auch sehr, sehr cool Deswegen dachte ich mir, weißt du was, vielleicht klappt der heute noch am selben Tag etwas Ich hatte ja etwas Glück gehabt Sehr schön, sehr, sehr schön Warum habe ich mich gerade so gefreut? Weil, diesen Boy hier speziell, den hatte ich damals vergessen, als ich gesagt habe Als wir unseren ersten Durchlauf gemacht haben, da habe ich gesagt, wäre auch cool, wenn ich Argel Brody ziehen könnte Aber den Paragus, den habe ich total vergessen Weil der ist ja ein Supporter für, wäre ein Supporter für mein Pure Saints Team Jetzt und mein Pure Saints Team mag ich, ist ja auf Global, auf der globalen Version Und die haben jetzt quasi an der Stelle noch einen 40% Supporter bekommen Weil auf Global habe ich kein Talis, deswegen nehmen wir den auf jeden Fall an, sage ich mal Paragus freut mich Unser Featured-Charakter war an der Stelle Paragus, sehr, sehr schön Immerhin einen der neuen Units, weil ich meine, Freunde, ich habe euch gesagt Also, wir sind im dritten Durchlauf, wie gesagt Und ich habe jetzt Dokkan exklusiv aus drei Durchläufen Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne Nur Superzentral Brody und Strength Brody bekommen Alles andere war nur GSSR-Slot und nicht Featured und Tralala, was niemand braucht Und jetzt dieser Paragus, also ich habe nicht mal den Argel Brody Aber, umso mehr freut es mich dann für diesen Paragus hier an der Stelle Das ist wirklich cool, den locken wir auf jeden Fall mal an Favorisieren hier, ihn sofort mal Und dann gehe ich hier mal ganz dezent rüber Mache einen Single Summon raus, fahre einen Single Summon raus Wir kommen dann wieder hier hin, haben Multisummon Und dann wird das Ganze wieder so verlaufen, Freunde Und im nächsten Single, nicht in diesem, im nächsten Single Machen wir da auf jeden Fall mal einen Group Summon drauf Weil aus den Group Summonen in letzter Zeit hatten wir wirklich sehr, sehr viel Glück Alle zusammen, auch in den Streams Hashtag Streamlock auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid Und deswegen, wenn ihr euch bereit machen wollt, könnt ihr euch schon mal bereit machen Egal welches Spiel eure Art Im nächsten Single haben wir dann einen Group Summon raus, Freunde Ihr wisst, wie das Ganze läuft Das werden wir nur gleich ankatzen Oh mein Gott Fake Gohan Oh mein Gott Ich dachte kurz für eine Millisekunde Sehe ich gerade richtig Ist das LR Gohan Das ist der Fake Gohan, Freunde Der hat damals so viele gefakt Aber ihr seht es, aus dem Single ist halt ein Double Rate Banner, Freunde Selbst aus dem Single kann sehr vieles shoppen Weil hier sind ja keine R-Charaktere Oh okay, wir haben Glück Wir haben Glück Schauen wir uns das Ganze mal auf Wir das auf Broly übertragen könnten Unserem Boy Wir haben wieder einen Featured-Charakter Es sei denn, es hüttet zu Gottku Weil diese Kombis, Freunde, können auch heißen Vor allem, wenn Gottku kommt Weil Gottku ist der Logo Mindestens drei SSR Aber es könnte auch an der Stelle sein, die sie kommen muss Dass es drei SSR sind Und nicht unbedingt Featured Ja, es muss nicht unbedingt Featured sein So was man so herausfinden konnte War SSR, entweder diese Combinations Ein Featured-Charakter Drei SSR Oder natürlich, wenn eine LR in dem Banner enthalten sind Ich sag mal so Können sie auch ein LR suggerieren So ist es nicht Aber das liegt dann eben dem nahe Dass auch natürlich ein SSR droppen könnte Aus dieser Animation Wir fangen hier mit Majin Buu an Nicht Featured, man kennt es Ja, ganz ehrlich Ich würde lieber Featured-SSR sehen Egal welchen so Aber lieber Featured Dann wäre ich wirklich Dann haben wir hier noch Shenlong Ein GSR haben wir noch auf jeden Fall Bin drauf gespannt, welcher RS sein wird Und wir haben hier dann noch Super-Sorbon Ja, okay, wow Krass, krass Aber ich glaube Ich glaube, das war noch nicht der GSR Und dann merkt ihr schon Die Kombi hat uns jetzt kein Featured-Charakter gegeben Sondern drei SSR Es sei denn, der GSR ist Featured Ist aber nicht an der Stelle Da merkt ihr schon, Freunde Da werden wir auch immer Immer schlauer und schlauer aus den Animationen Aber ganz ehrlich so Da nehme ich lieber einen Featured-Charakter Als drei nicht Featured-SSR So Auch wenn es drei SSR sind Was will ich mit diesen drei SSR? Versteht ihr, was ich meine? Was will ich mit diesen drei SSR? Naja, so schnell wären wir doch im Free-Muti Aber Halt, wir machen erstmal einen Group Sum Hier an der Stelle, Freunde Wenn ihr, wie gesagt, in welchem Spiel Irgendwo was rausfallen könnt Ich zähle gleich runter Ihr könnt mir dann gerne wissen Das, was ihr gezogen habt Auf den Social Media kennen Kanadien-Hashtag Beziehungsweise was heißt Hashtag? Discord, Twitter, Instagram Die ganze Liga in der Beschreibung Ich zähle runter Und dann könnt ihr mich das gerne wissen Lassen Ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück Bei eurem Summon 3, 2, 1, go Und dann lasst ihr das Ganze mal los Und das Geschirrte ist ja zum Beispiel Wenn man ein Doublehead-Banner ist Und ihr bekommt mal direkt Sag ich mal so eine LR-Animation Von Anfang an So ein Überlegt mal so Satan auf Und dann wisst ihr sofort Damn Verdammt nochmal In diesem Banner ist das ein Also jetzt bei dem Banner Wäre das jetzt quasi ein LR Aber Jetzt Broly Warum machen sie es uns so schwer Auf Global Broly? Ich verstehe es nicht Mein Boy Mein Boy Broly Wenn wir mal Komm mal Ein Broly Ein Broly würde mir gut tun Mehr wollen wir nicht Aus drei durchläufen Freunde Und dann wünsche ich auf jeden Fall Auf jeden Fall Jeden viel Glück Oder Im Endeffekt Je nachdem Wenn ihr das seht Hoffe ich schon Dass ihr alle reichlich Eure Charaktere gezogen habt Okay Die Animation sagt uns Hier nichts an der Stelle Wir gucken mal trotzdem Wie das Ganze hier verläuft Super Sane 1 2 Okay Super Sane 2 Alles klar Müssen wir damit leben Aber Bitte zum Abschluss Nicht nur ein GSSR Ich flehe dich an Game Bitte Nicht Das ist jetzt tragisch Wenn wir jetzt In der Aufnahme Nehmen wir das ganz aufnehmen Natürlich Da nur den GSSR hätte Aber es fühlt sich so an Es fühlt sich legit so an Und das ist immer so eine Sache Okay Für die Mutti sum Alles schön und gut Der erste war vergünstigt Aber das ist trotzdem So eine Sache Meiner Meinung nach Da können wir auf jeden Fall Drüber reden Ob man dennoch so Die Summons verbessern könnte Vor allem wenn man Eine Garantie geben könnte Ja Dass man einfach Im neunten Mutti Sag ich mal In dem Banner Den neuesten Garantiert bekommen Weil ich habe auch gelesen Da sind wirklich sehr viele Dieb gegangen Mit 1000 Soaps Und haben keinen von beiden Oder einen nicht Das kann leider immer noch Bei diesen Rates passieren Weil das reine Zufallssache ist Und dann kann auch So ein Dackel kommen MGS ist es dort So Freunde Beim Editieren Hab ich gerade gemerkt Dass ich bei den nächsten Beiden Summons unterwegs war Bei dem was ihr gerade seht Da war ich Das war glaube ich Letzten Sonntag Da hatte mein kleiner Cousin Sein erstes Basketballspiel Da waren wir zuschauen Und dann gab es eine lange Pause Und in der langen Pause Da haben die Hände gezittert Da habe ich dann quasi Ein Mutti rausgehauen Dementsprechend kam dann Unser Boy Paragus Da habe ich quasi noch Für Paragus gezogen War gar nicht immer so schlimm Und der zweite Mutti dann Zeitless Step Im selben Durchschnitt Auch noch bei Broly Ich glaube da haben wir Irgendwelche Preise bekommen Dann irgendwelche kleinen Preise Da kam ich auch um 50 Stones Beziehungsweise von vorne Also vom Step davor Hat es dann noch Überschuss Da hatte ich dann Die super Vegito Animation Und da dachte ich mir Oh mein Gott Jetzt oder nie Genau Dies ist Broly Und dann war es im Endeffekt Ein Broly Aber es war leider Der dreifache Broly Aber Was dann abging Freunde Auf den Streets Das seht ihr jetzt Wir haben die Rosaru Wir kommen frisch aus dem Gym Rosaru Wie fühlen sie sich? Cool Ich habe gehört Sie haben die 20k geknackt Ey Gratulation Dankeschön Dieser Ansgarter Der hat mich gerade voll Ich habe gerade geplant Wie wir das Video Eigentlich drehen Der leckt die gleich los Eigentlich wollte ich sagen Es nimmt breit Aber passt schon Wir drehen dann Wir drehen mittendrin Weißt du Wir sind flexibel Ja gut Jedenfalls Vielen Dank Wir haben die Klammste getrennt Ja klar Wir haben gerade einen Suns drauf erreicht Insane Nach dem Gym Einfach anzugehen Aber warum Ich muss Auf Ende dieser Woche Warten auf etwas Und danach wird das quasi Seinen Lauf nehmen Deswegen damit ihr Bescheid wisst Weiter geht's Heißt Vielen lieben Dank Freunde Es ist schon mal ein Mortaler Meilenstein Aber wir müssen das ganze Feiern Dementsprechend haben wir Summen Es nehmen wir Platz Für den Aufschnitt Weil ich finde es dann auch Weiß Wie wir es beim Summs Bei Nacht gemacht haben Freunde wir haben jetzt Hütte Step bei Brody Ich schick mal drauf Jetzt sehe ich schon was abgeht Ich auch Oh Okay okay Scheiße Ich habe gerade gedacht Ja Freunde Brody wollen wir Natürlich noch haben Genüht Ey das ist der vierte Durchlauf Bei Brody weißt du das Das ist krass Entweder kommt der jetzt Nur für eine Dokkan-Exklusiv-Karte Entweder Schauken jetzt zu 20k Oder wir sind einfach Wir wurden einfach besiegt Was ist Ich habe aus diesen Banner Aus vier Durchläufen Hast du wie viele gefeatured Zweimal Super-Sane 3 Brody Dokkan-Exklusiv Oh war Alter Einfach so Einfach Randy Guck mal was für ein Kack Das ist echt traurig Es ist der Free Summon Es ist der Free Ja Okay Was heißt das Hier heißt es wieder Vegeta Ist es Vegeta Glaub mir Wir sind draußen Jungs wir sind draußen Das heißt Wir sind draußen Alter ganz ehrlich Das ist bestimmt Irgendeiner von den anderen Mann Ich spüre es schon Niemals kommt Ich wusste es Alter Ich wusste es Ich wusste es Alter Ich wollte gerade Gegenargumentieren Zack kam er Alter 20k Das ist der draußen Ich bin noch gezogen So Ichi Du hast es gecallt Nicht mehr bei Broly Sondern bei Greta Soll ich drücken Drück Drück nicht Drück 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 Oh je Drück 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 drückt Gott Vegeta Gott Vegeta Ich hab Gott Vegeta gezogen, Alter Echt? Ja Es gibt nur einen Gott Vegeta Krass Alter geil, der war im zweiten Slot NOCHMAL JAAAAAAA Junge, das ist genau Vegeta, Alter Scheiß auf Gogeta Zweimal in einem Multi, mein Boy, Alter Der will Der will sein Showcase Der will Sein Showcase Hbf Elegoan Spinnz Schaut wieder Zweimal, gut, mir geht das, Alter Genau, Freunde, und das waren die Broly Sons Er kam halt legit noch Ihr seht es, der Boy war grad auch awake Was ich euch noch zeigen wollte, ist an dem Tag, an dem ich das Ganze Aufnehmen, gab es nochmal Stones, 50 Stones Und Ops, Freunde, als Dankeschön Quasi Diese konnten wir dann quasi Duncan annehmen Natürlich, dann gab es auch noch die Facebook Rewards Und so und so fort, also loggt euch am besten mal auf Global ein Und, wir sind hier im zweiten Step Den ersten Step von diesem Summon, habt ihr auch gesehen, Freunde Dann gucken wir mal Ob wir das Ganze abschließen können Und noch mit einem Gogeta Pull am Ende Ah, ich dachte grad, ich dachte grad Da war ja Vegeta am Start Ob es zu Vegeta wird oder nicht Ja, Freunde, ich habe mir auf jeden Fall ein bisschen Zeit gelassen Das nächste Mal Es hatte wirklich keine Eile auf Global Weder für Broly noch für Gogeta auf jeden Fall Aber, am Ende versuche ich es dann nochmal Oh, okay Da haben wir nämlich auch gut Stones bekommen Über die letzten Tage, da habe ich immer versucht Was anzusammeln Was das, was ich ansammeln konnte Was ich mir holen konnte Das habe ich dann quasi aufgenommen Und so kam es zustande Zu so einem kleinen Highlight Zusammen, sag ich mal Und Ja, Gott sei Dank ist noch ein Broly gedroppt Gut Gucken wir mal Wie es mit Gogeta verlaufen wird An der Stelle Ich hoffe, ihr konntet auch wirklich Alle ziehen, was ihr wolltet Weil ich habe auch gelesen Ich habe es glaube ich auch in den Ausschritten gesagt Dass wirklich manche auch richtig deep gehen mussten Leider nicht bekommen haben Im Endeffekt ist es leider Leider ist es so Es ist halt legit RNG Es ist reiner Zufall Aber Ja, reiner Zufall Also zweimal den selben Wiz zu ziehen Ist halt auch legit reiner Zufall Im ersten Multi Hatten wir zweimal Vegeta Oh Gott, Vegeta im zweiten Zwei Mal Wiz Sein Trainer Was wollen sie uns damit sagen Game Irgendwas stimmt hier nicht Es ist böses im Busch Mal wieder Ja, abgesehen von den Leidezeiten Ist hier böses im Busch Natürlich Deswegen, wenn ich gleich mal rüber gehen dürfte Keiner weiß Immer tut irgendwas nicht Wegen der Technik Aber wir haben ja an der Stelle Okay Ja, die Animation wollen nicht viel hergeben Macht Oh, wir sind in den Super Saiyan Gang Rainbow Und Genau, Freunde Wenn euch das ganze im Endeffekt gefallen hat Könnt ihr dem ganzen Ach Gott, cool was auf jeden Fall Ja, könnt ihr ganz auf jeden Fall like geben, Freunde Ähm Genau, wegen dem 20k Special Ich muss wie gesagt Wie ich jetzt erwähnt hatte Bis Ende dieser Woche warten Gege Angel Goku Okay, nehmen wir an Ich dachte, hey, Angel Goku Den hab ich auch in letzter Zeit übel oft gesehen Das aber wegen JP Weil er da Featured war im Goku Spanner Ja, genau Genau, bis Ende der Woche musst du dann warten Und dann Kann das ganze sein Lauf mit dem, Freunde Wegen dem Special-Video sag ich mal Auf jeden Fall Seid da gespannt Alright, nee Kommt noch hier mit der Fistorinho Und ansonsten wär's das eigentlich schon Wir haben jetzt leider keinen Featured-Charakter bekommen Oh my, yeah Piccolo war What? Die ganzen Goku wollen heute drop hin Und so schnell Meine Damen und Herren Sind wir dann quasi Was heißt so schnell aber, ja Bei Aller Letzten Multi Während des Discounts Das wollt ihr auf jeden Fall noch mitnehmen, Freunde In den 4. Gratis Wird der letzte Multi Summon One Last Multi Uns bescheren Oder Sagt der Weißt du was? Oh, 12-12 Ohhhh Was war da los? Genau Habt ihr das gesehen? 12 Stunden 12 Minuten Krillin ist am Start Ein Featured ist dabei Wird es Der Richtige sein Gucken wir uns das mal an Vielleicht wurde es prophezeit Vielleicht hätte ich warten sollen auf 12-12-12 Dann hätte das was Vielleicht gejobbt Und so hätte Vielleicht alles Gucken wir mal Gucken wir mal Ein Featured haben wir Ein Featured-Charakter Haben wir auf jeden Fall Und diese Ich würd das sagen Ahhh Ich dachte gerade Ich dachte gerade Es wäre Gogeta Ahhh Es war Goku Ja gar nicht schlimm, Freunde Dementsprechend Und Soviel Zu dem Durchlauf Was? Das war noch ein geiler Multi Egal ob Gogeta dabei war Äh Nicht dabei war Also egal ob Gogeta dabei war oder nicht Das war noch ein geiler Multi Finde ich am Ende Ich hoffe das ganze hat euch Dementsprechend gefallen Wenn ja Gebt den ganzen Lack Freunde Und Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal Machts gut Peace Auf Wiedersehen 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 Auf Wiedersehen